Ich mache heute Feigenmarmelade aus geschälten Feigen und die Feigenschalen habe ich hier mit einer Reibe zerkleinert und will nun feststellen nachher ob die Hühner diese zerkleinerten Feigenschalen gerne essen. Meine Hündin kriegt auch noch eine Portion. Vielleicht hat die auch noch Appetit auf geriebene Feigenschalen. Die Hühner sind in der Hühner und die Hühner sind in der Hühner sind. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Azura ist meine älteste Henne Wahrscheinlich ist sie deswegen gerade für sich allein Weil sie die anderen möglicherweise hacken Da kommt schon eine Den Rest der geriebenen Feigenschalen Dann gefriere ich portionsweise ein So dass die Hühner in der nächsten Zeit Noch davon kleine Portionen bekommen können Bleib 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 Achtungarm